Jo, hallo und herzlich willkommen zur vorerst, ja so traurig es auch ist, sozusagen letzten Folge von Warframe. Ich habe jetzt ja eigentlich, es sind seit zehn Folgen, dass ich jetzt ordentlich Zusatzfolgen gemacht habe, um das Spiel wirklich gut voll und ganz kennengelernt haben wir es noch nicht. Aber ich denke mal, ich habe jetzt schon ja, einiges davon gespielt, also auf jeden Fall weit mehr als jetzt in zehn Folgen. Und wir spielen übrigens gerade Abfangen auf Merkur, Stufe 4 bis 6 war es glaube ich, sind aber auch nur zu zweit. Ich hoffe, dass es jetzt nicht das gleiche ist, aber Abfangen ist ja nicht das gleiche wie mobile Verteidigung, aber es sieht gerade genauso aus wie mobile Verteidigung, aber es kann eigentlich gar nicht das gleiche sein. Naja, jedenfalls ja, wieso jetzt, okay, wir sollen Türme übernehmen, alles gleich hin. Wieso jetzt die vorletzte Folge? Ja, schlicht und einfach, ihr habt es ja selbst gemerkt, die Aufrufe sind immer weniger geworden. Am Anfang so, die erste Folge, ja gut, das ist eigentlich meistens so fast 100 Aufrufe, am ersten nach 24 Stunden schon. Und dann halt pro Folge immer weniger. Und der Sinn vom Angezeuger ist ja, das Spiel auch nur zu präsentieren, jetzt ein richtiges Let's Play draus zu machen, außer das Spiel gefällt mir so ultra gut. Aber da ich halt echt noch sauviele Leute, die Kisten, what the fuck, voll ineinander. Da ich noch einige weitere Spiele zu vorstellen habe auf meiner Liste und ich die auch sehr gerne spielen würde. Achso, das ist Verteidigung, lol. Ich dachte, Abfang ist jetzt der Unterschied zur Verteidigung. Okay, naja, gut. Ja, bin ich einfach der Meinung, macht es mehr Sinn, wenn ich jetzt, ja, und jetzt kommt's, Warframe so zwei, drei Folgen zwischendurch, zwischen den anderen angezöckelt immer mache. Einfach nur so ab und zu mal wieder, ja, damit es halt nicht die ganze Zeit kommt, aber dass es trotzdem weiterhin kommt, weil es macht mir wirklich Spaß, aber dass es ein tägliches Let's Play wird. What the fuck? What the fuck? Was ist denn hier los? Das ist der da hier? Der schießt da mit irgendwelchen Raketen? What the fuck, ey? Hat der einen Schaden gemacht mit zwei Schuss, ey? Holy shit. Naja, wie gesagt, finde ich sinnvoll, also zwei, drei bis maximal vier Folgen, die Woche von Warframe. Und dann, wie gesagt, die anderen Angezogels, die ich noch auf meiner Liste stehen habe, sind unter anderem MMOs als ein oder andere Browser-Games, soweit ich weiß, auch noch dabei. Star Trek Online ist so, gut, jetzt so ähnlich wie Warframe, kann man jetzt eigentlich nicht sagen, aber ist mehr so in dem Stil, ja, also mehr so zukunftsmäßig, ist ja logisch Star Trek Zukunft, ja. Und ja, da gibt es sicherlich noch einige Spiele, die den einen oder anderen mir interessieren. Und wie gesagt, Let's Play war ja gar nicht der Sinn von diesen Angezogels und deswegen finde ich das ziemlich sinnvoll so. Und da sich das jetzt sowieso täglich eh kaum noch jemand vom Anfang angeschaut hat, würde ich auch sagen, ist das für euch besser, wenn es nicht jeden Tag eine Folge kommt, dann kann man sich das auch öfter mal geben, wieder. Denke ich mir zumindest mal. Genau, ansonsten zocken wir jetzt hier noch die Runde fertig. Okay, kommen keine Gegner mehr oder what? Doch, da hinten. Bam. Ist natürlich wieder, die Gegnerstufen sind natürlich wieder ziemlich low, ist ja logisch. Wie gesagt, Stufe 4 bis 6 war es, glaube ich, sind die hier, also, also für Stufe 4 bis 6 ist die Mission, oder 3 bis 6 oder so. Also ziemlich low, verständlicherweise. So. Ja, ich habe keine Ahnung, warum ich gerade nur noch Nahkampf kämpfe. Macht der nicht gerade ziemlich Bock? Ach, das ist wieder so ein fetter Haar. Der ist irgendwie gebufft oder so, keine Ahnung, was ist da los. Loy, Diamantaut, 7,5% Strahlungswiderstand, okay. Den Mod habe ich auf jeden Fall noch nicht, aber sah so aus, als wäre für den Excalibur. Und für den habe ich eigentlich genug Mods. Ich bräuchte eher wieder welche für die Braton, aber für die kriege ich einfach überhaupt keine Mods. Da habe ich mittlerweile, glaube ich, 15 oder noch mehr Plätze frei, also, das ist so heftig. Da muss echt nur was her. Ich habe natürlich keine Lust mehr Platinum zu kaufen, da kann man sich auch Mods holen und so. Ja, da habe ich jetzt nicht wirklich Lust drauf. So, kommen keine Gegner mehr oder what? Hm. Sieht nichts aus, aber da unten liegt noch was. Ah, nice. Und da kommen auch schon wieder die Gegner. Oh, noch ein Mod. Statuschance. Okay, Heldenmod hatte ich auch noch nicht. Tatsächlich, hier ganz neue Mods gedroppt. Nice. Ist ja mal was. Auch wenn es wahrscheinlich keine für Dingens sind. Oh, nice. Level 16 Excalibur. Super Sprung, Level 1. Alles klar. Okay, noch ein Mod. Nice. Oh, okay, wir sind fertig. Töte alle verbleibenden Feinde. Äh, wie jetzt, will ich in den Kampf zurückkehren? What? Wie entscheide ich das denn? Ah, ah, okay. Ja, boah, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Eigentlich wäre ich schon für... Ja, mach mal Kampf, komm. Sind wir mal so Triad-mäßig drauf? Komm, Imhoteps. Zock mal noch ein bisschen. Komm, go. Ah, schade, der verzieht sich. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Weil wir jetzt nur noch zu zweit sind, ist das Ganze ordentlich viel schwieriger. Ah. Ich will das Zeug erstmal neu einnehmen. So. Ja, ihr bleibt genau, ihr bleibt ganz da drin. Und dann schon wieder Druckpunkt, Druckpunkt, Druckpunkt. Es gibt so ein paar Mods, die droppt man einfach jede Mission. Ich weiß gar nicht, dass fusionieren, ob sich das so sehr lohnt. Aber ich glaube, ich mache das dann mal mit den ganzen Doppelten. Weil man kann sie eh nicht zweimal einsetzen. Deswegen lohnt es sich gar nicht, die aufzuheben irgendwie. In irgendeiner Form. So. Es ist halt jetzt schwierig zu zweit. Jeder muss zwei Türme verteidigen. Beziehungsweise ist eigentlich sogar einer drei. Das ist halt sehr schwer. Zack. Das ist wirklich recht schwierig. Aber vielleicht haben wir ja Glück und es joint noch einer. Wäre ganz wünschenswert. So. Oh, langsam geht mein Leben wieder so hart down. Ach du Scheiße. Das sind halt echt viele Gegner. Aber der andere Kerl hatte eine ziemlich hohe Stufe. Da hat er auch so eine krasse Rüstung wieder angehabt. Also ich habe da Vertrauen, dass der mich da ein bisschen carryt hier. Auch wenn man es natürlich nicht immer erwarten kann, dass man komplett hochgezogen wird. Na. Das ist natürlich nicht so wirklich Sinn der Sache. Aber man muss ja echt sagen, hier so drei bis sechs, das ist es halt einfach nicht. Ja, ganz ehrlich. Vielleicht schon wieder Druckpunkt. What the fuck ey. Einfach dreimal jetzt gebrobt. Level 17. Oh, noch zwei Plätze, die ich niemals gebrauchen werde. Warte, wer steht da erst gerade wieder drauf? So, so. Gehen wir da rüber. Ah, okay. Da ist der schon. Weißt du, wir haben jetzt doch wieder einer mehr oder what? Schon wieder Druckpunkt. What the fuck? Was habe ich denn viermal hier bekommen? Einfach nur WTF. So. Ach komm. Eine Sekunde zu spät da gewesen. Wenigstens sind die Gegner recht schnell tot, aber mal viel Schaden machen sie trotzdem. Was denn sich irgendwie widerspricht, gleich, die beiden Faktoren, aber egal. So. Ich habe auch gemerkt, wenn man viele Fähigkeiten einsetzt, dann, oh Gott. Oh Gott, jetzt ist, jetzt ist, jetzt ist es gleich vorbei. Jetzt bin ich gleich tot. Wenn man viele Fähigkeiten einsetzt, dann, ähm, kommt der Excalibur schneller Level an. Das habe ich am Anfang nicht so ganz geblickt. Da steht ja auch immer so 25 Fähigkeiten und so. Vielleicht belebt er mich wieder. Da kriegt man nämlich die XP davon, ne? Ich neutralisiere trotzdem Bravo, wo ich tot bin. Nice, der wiederbelebt mich. Geil. Ich hasse es, wenn ich sterbe und eine Wiederbelegung verbrauche. Das kotzt Ultran. Ja, aber wie gesagt, da hatten wir uns gerade gesehen. Der Kerl, ähm, das High-Level-Spieler over 9000. Von daher habe ich da eigentlich gute Hoffnung, dass wir das mit dem packen. Oh, leu. Oh, leu, jetzt kommen diese Shitpisser, ey. Die hasse ich auch so sehr. Ohne Witz. Zack. Ich mache hier halt einfach fast gar nichts. Ich bleibe nur bei dem einen Punkt und bei dem sterbe ich dann auch noch. GG. Wir kontrollieren alle. Vier? Es sind doch fünf. Oder? Ne, es sind vier. Vier bei dir jetzt. What? Es sind echt nur vier, leu. Ich bin echt die ganze Zeit davon ausgegangen, dass wir, ähm, fünf haben. Naja. Gut. So, alle verbleibenden Gegner platt machen. Das sollte jetzt nicht so schwer sein. Nochmal Druckpunkt. Da ist noch einer. Druckpunkt. Oh, oh. Jetzt haben wir den sechsmal. Und? Oh, Verderben der Griner. Fünf Prozent Schaden gegen Griner. Okay, nice. Ja, stimmt. Ich sollte mal rumlaufen, ne? Weil die Mods, die der sozusagen gedroppt hat, die habe ich ja noch gar nicht aufgesammelt. Ähm. Hier sind noch Credits. Oh, schade. Ja, müssen wir leider rausgehen. Beziehungsweise ich gehe raus. Ich weiß ja nicht, ob der Kassel jetzt einfach noch weiter alleine macht. Ähm. Jo. Auf jeden Fall einige Mods gedroppt, ey. Also zu viert, glaube ich, ist das schon relativ einfach. Also, wir waren da anfänglich zu dritt und jetzt nur noch zu zweit. Also, ich glaube, wenn man mal zu viert ist, dann geht das schon klar. So. Jetzt ist Kite sechsmal den einen Mod gedroppt. So. Ähm. Wow. Wie viel wir bekommen haben da. Also Druckpunkt auf jeden Fall einige Male. Diamantaut. Panzerbrecher. Wow. Da haben wir echt einiges bekommen. Mal schauen mal, ob man da irgendwas auch gebrauchen kann für die Braton. Wäre halt mal echt ganz nice. Rang 19 ist die, ey. Ups. Kann da wohl echt nicht wahr sein. So. Ja, tatsächlich. Na, also. Fünf Prozent Durchstarksschaden. Nice. Braucht ihr irgendwo weniger? Nope. Nope. Und Verderben der Griner. Nice. Okay. Und jetzt könnte ich theoretisch das auch noch reintun, aber habe ich natürlich schon drin. Ja. Trotzdem nice. Äh. Durchstarksschaden ist ganz cool. Und Griner. Ähm. Schadensbonus ist, glaube ich, auch ganz nett, weil, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, kämpfe ich fast immer gegen Griners. Von daher passt das. Dann schauen wir nochmal hier. Ähm. Okay. Haben wir nur ein... Achso, ja, stimmt. Klar. Stufe 16 aufgestiegen. 16 Kapazität. Okay. Was hätten wir denn da? Schildkapazität, Sprintgeschwindigkeit, Strahlungswiderstand und Ausdauerregeneration. Das haben wir eh schon. Ja, gut. Na, das passt eigentlich. Ja, hier. Könnten wir es einsetzen. Hm. Achso. Da kamen nur zwei Dinger. Ja, da würde ich sagen, Reserve-Magazin. Hauen wir mal rein. Und bei dem Stäbchen. Da haben wir fünf frei. Hier können wir tatsächlich mal wieder was Neues reintun. Äh. Tatsächlich könnten wir hier sowas hier reintun. Obwohl es sechs hat, weil hier wird es nur fünf verbrauchen. Genau. Nee, sogar nur drei. Nice. Ja, es bringt leider nicht so viel. Ähm. Wobei. Was ist zwei Prozent? Was heißt ein Status-Chance? Was ist Status-Chance? 2,5 Prozent Status-Chance. Okay. Keine Ahnung, was das sein soll. Status-Chance. Dass sich der Status regeneriert, oder was? Okay. Damit kann ich jetzt leider nicht wirklich was anfangen. Ähm. Moment mal, wenn ich das jetzt raus tue. Das verbraucht dann null, oder? Nee, eins. Okay. Also das hier lohnt sich am meisten da rein zu hauen. Und dann können wir das auch noch reintun. Weil jetzt fünf Prozent extra Kälte-Schaden. Was uns wahrscheinlich nichts bringen wird, weil wir gar keinen Kälte-Schaden machen. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass man dann überhaupt erstmal Kälte-Schaden macht. Ja. Gar nicht zu dem Kälte-Schaden, den man schon hat, noch mehr Kälte-Schaden, sondern dass man einfach so Kälte-Schaden macht. Hoffe ich jetzt mal, weil sonst wäre es ziemlich blöd, weil dann wäre das ganze Ding hier ziemlich useless. Das haben wir sowieso wieder zweimal. Schmelzender Einschlag-Hitzeschaden. Ja, ich glaube, ja, Hitzeschaden zum Beispiel würde ich mir halt für das Hitzeschwert aufheben. Aber das Problem ist halt, bis ich das mal bekomme, vergehen halt noch hundert Jahre. Also das Problem ist halt, ich habe halt alles schon hundertmal, hunderttausendmal könnte ich das jetzt so schon bauen eigentlich. Also gut, zweimal. Schaltkreis habe ich nicht so viel. Aber Ferit habe ich achttausend, Polymerbündel über tausend. Mir fehlen halt nur diese Neureihensensoren. Das nervt halt schon total. Oh, Clan-Schüssel könnten wir theoretisch bauen. Ja, komm. Dann machen wir das. Boah, eine Auer, zwölf Stunden. Ja gut, dann lassen wir das mal bauen. Wir haben immer noch genug. Also das hat uns fast gar nichts gekostet. 500 Polymerbündel, naja, Wayne haben wir ja. Ferit, achttausend haben wir. Das reicht auch noch locker. Es fehlen halt nur diese Neureihensensoren. Das nervt ein bisschen. Ah, okay, doch tatsächlich. Schaut mal auf den Stab, da sieht man jetzt so Kälte-Ding. Ah, okay. Das heißt, der macht jetzt einfach Kälte-Schaden. Das ist ja ziemlich cool. Ach, ohne Witz, das müssen wir jetzt noch ausprobieren, weil das ist ja schon was ganz Neues mal. Nicht Merkur. Also das hier haben wir gerade gemacht. Hier dieses vier bis sechs Pass, genau. Also, ja, weiß ich nicht ganz genau, wieso. Moment. Ne, da ist Erde. Hier hin. Machen wir hier irgendwas. Machen wir so was Leichtes hier, was schnell geht. Ah, hier machen wir die erste Quest einfach. Offen der Gruppe 5. Da sollte man ja jetzt was finden. Genau, ist auch perfekt, wenn wir mittendrin starten, weil wir wollen es ja jetzt eh nicht komplett durchzocken. Wollen wir jetzt nur kurz demonstrieren, wie das Ganze funktioniert. Hier, natürlich Nahkampf mäßig. Das ist ja logisch. Okay, gut. Erstmal nur tote Gegner. So, rush mal durch. Machen wir hier noch ein bisschen was bekommen. An. Gegnerfleisch. So. Okay. Gut, da sieht man jetzt, optisch sieht man da jetzt nicht irgendwie was. Großartig. Ähm. Zielgefangen nehmen, genau. Loll. Alles klärchen. Okay. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann. Ah, jetzt. Ich kann mich nicht kurzzeitig jetzt nicht mehr bewegen. Ja gut, also man sieht optisch nicht. Ja, aber es macht, also es ist auf jeden Fall, also am Stab sieht man es ja, da ist was anders. Also es muss irgendwas bewirkt haben, ja. Aber wir frieren die Gegner jetzt nicht irgendwie ein oder so. Also das habe ich jetzt zumindest noch nicht gesehen. Wir arbeiten nur 15%. Das muss man natürlich dazu sagen. Ja, Cash schnitzelt halt immer mit auf die Gegner. Es nervt halt so sehr. Vielleicht wäre da alleine doch besser gewesen. Ja, aber ne, macht wahrscheinlich einfach nur, es ist wahrscheinlich einfach so wie, wie extra Schaden halt einfach. Irgendwie laufen wir komplett falsch, kann das sein? Ja, wir müssen hier links. Ähm, wahrscheinlich macht das einfach nur wie es wäre es 15% Schaden halt, ja. Also nicht Eisschaden, sondern macht halt einfach nur mehr Schaden. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Weil man optisch halt echt nichts sieht und so. Ich glaube, ich kehle die schneller, aber das liegt wahrscheinlich auch daran. Ah, ne, doch nicht. Ne, passt schon. Ja, ne, ich kehle sie halt einfach schneller. Glaube ich. He, stand da einfach nur da und hat nichts gemacht. Er wusste schon, dass er keine Chance hat. Jut, jut, jut. Okay, nice. Der andere Kerr ist runtergefallen. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. So, vielleicht... Wow, habe ich den gerade one-hitted? Den auch? Okay, das ist neu. Das habe ich vorher auf jeden Fall nicht auf die Reihe bekommen. Das weiß ich noch ganz genau. Ähm. Wo müssen wir hin? Hier links. Jo, okay. Also die Hunde one-hitted man jetzt. Alles klar. Wahrscheinlich liegt es einfach nur daran, dass ich jetzt allgemein in der Stufe so weit aufgestiegen bin. Wobei, ich habe die ja erst gestern oder vorgestern mal wieder gemacht. Da konnte ich sie auch nicht killen. So. Also mit einem Schlag. Also da waren sie wie immer saustark. Keine Ahnung. Naja. Also auf jeden Fall sieht man es optisch am Stab, aber nicht an den Gegnern. Also angreift damit. Also es ist ein bisschen komisch. Ja. Das, äh... Wie genau das jetzt meinen Kampfstil beeinflusst, kann ich euch jetzt leider gar nicht wirklich sagen. Vielleicht weiß es ja sowieso einer von euch. Dann, äh... Die erste Mission, die ersten Missionen, die gehen ja immer noch so ultra schnell. Da ist ja das Geile dran. Deswegen macht man die auch so gerne. So, um Sachen anzutesten. Und man kriegt ja sogar noch Sachen. Also Loot, Credits und den ganzen anderen Stuff und Mods. Aber XP gibt es halt so gut wie gar keine. Hat er... Rubedo. Ja, wobei, Rubedo ist gar nicht mehr so schlecht. Okay, ich war fast noch besser als der Kerl, obwohl ich mittendrin gejoint bin. Krass. Naja. Gut. Naja, jedenfalls. Ähm... Erstmal nochmal hier fett Werbung machen. Bindespiel auch spielen wollt. In der Beschreibung ist der Link. Und in meinem Kommentar. Ach so, der Decoration verlassen passt. Ähm... Genau. Also wenn ihr Bock auf das Spiel habt, würde ich mich freuen, wenn ihr euch über den Link registriert. Downloaden könnt ihr es auch über Steam. Das ist, ähm... Ja, ziemlich nice. Und so... Ja, Fazit habe ich zwar eigentlich schon gemacht. Aber nochmal, um zu sagen. Ich finde es wirklich ein ultra geiles Spiel. Für Free2Play ist es ein hammerkrasses Game. Und die Grafik ist ultra genial. Ja, ich kenne 100 Spiele... Ich kenne 10.000 Spiele, die schlechter aussehen. Und so viel Geld kosten. Und auch letztes Jahr rausgekommen sind. Oder vorletztes Jahr. Ja, auch ziemlich neu sind. Und schlechter aussehen wirklich. Man muss sagen, der Pay2Win Aspekt ist da. Man kann sich sehr viele Sachen... Zumindest am Anfang... Wobei gut, so sehr am Anfang bin ich ja jetzt eigentlich auch nicht mehr. Man kann sich sehr viele Sachen wirklich nur für Platinum kaufen. Man kann sich die ganzen Mods für Platinum kaufen. Und so weiter und so fort. Also man kann schon ordentlich reincashen, um Vorteil zu erlangen. Und das ist wirklich anscheinend ziemlich groß, dieser Aspekt. Ich weiß nicht, wie es später ist, wenn man jetzt richtig High-Level ist, ob man sich das ganze Zeug manchmal kaufen kann, auch selbst herstellen kann. Das weiß ich leider nicht. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, das meiste wahrscheinlich nicht. Weil, ja, sonst wird es das ja im Shop nicht geben für Platinum, wenn es das auch immer im Late... Also, wenn du seit 100 Stunden gespielt hast, das Spiel, dass es dir dann auch selbst einfach so herstellen kannst, denke ich mal nicht, dass es geht. Weil sonst wäre der ganze Shop sinnlos. Ja, könnten ja einfach alle sagen, hey, cash nicht rein, sondern wartet einfach nur, spielt einfach eine Weile, dann könnt ihr es euch auch umsonst herstellen. Das denke ich mal jetzt eher nicht. Genau. Und ansonsten, wie gesagt, kommt jetzt halt noch so immer mal zwischendrin. Immer einfach, wenn ich Bock drauf habe, wieder so eine Runde zu zocken. Ich werde es so offline auch noch ein bisschen spielen. Nicht täglich, wahrscheinlich so, wie es jetzt die letzten paar Wochen war. Aber auf jeden Fall auch alle paar Tage immer wieder eine Runde. Und dann, ja, leveln wir hier weiter hoch. Geht ja eigentlich noch ganz schön voran hier. Wird halt jetzt immer schwieriger, noch was hochzuleveln. Aber ich tue mein Bestes. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Angezwirkelt. Was es noch genau wird, weiß ich noch nicht. Eigentlich ist Fokus auf Star Trek Online, aber das muss ich noch patchen. Das dauert ewig. Das Spiel ist gigantisch groß. Deswegen werde ich eventuell, bis ich das irgendwann mal runtergeladen habe, beziehungsweise runtergeladen ist es schon, es muss immer Patches aktualisieren. Keine Ahnung, das dauert 100 Jahre. Ja. Bis ich das habe, werde ich eventuell noch was anderes einschieben. Vielleicht noch ein Browser-Game oder so von der Liste, was jetzt keinen Download-Bedarf hat. Und ja, das ist noch jedenfalls schon, was das nächste ist. Wird auf jeden Fall morgen, spätestens übermorgen kommen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr da auch reinschaltet. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, hauts rein. Und ciao, ciao.